Ja? Herzlichen Glückwunsch, Sir! Ihre krosse Kabel Pizza ist da! Wow, danke! Ich hab mich schon so darauf gefreut! Wo ist mein Getränk? Welches Getränk? Mein Getränk! Meine Diät-Cola! Sag bloß nicht, du hast mein Getränk vergessen! Aber... Sie haben gar kein Getränk! Und wie soll ich bitte diese Pizza ohne ein Getränk essen? Aber... Habt ihr eigentlich auch mal an eure Kundschaft? Und du willst ein Lieferjunge sein? Das ist ein Lieferjunge.